Die digitale Sprechstunde vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Künstliche Intelligenz, KI, also die Technologie, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen, ist allgegenwärtig. Das macht demnächst die KI, das haben Sie sicherlich auch schon mal gehört, in vielen Bereichen des Lebens. Und KI gibt es natürlich auch in der Medizin. Das kann ein Segen sein, ein großer Fortschritt, aber ist natürlich auch mit gewissen Sorgen verbunden. Über all das wollen wir heute sprechen und ich freue mich auf meinen Gast, Privatdozent Dr. Gerian Grönefeld. Es geht nämlich um KI in der Herzmedizin und er ist Chefarzt für Kardiologie an der Asklepios Klinik in Barmbek und ist Fachverantwortlicher für Kardiologie am Asklepios Campus in Hamburg. Und da ist er mit dem Thema auch in Berührung gekommen, das wird er uns aber noch erzählen. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Seifert. Ja, steigen wir gleich ein. KI in der Herzmedizin, wo kommt das denn schon zum Einsatz? Vielleicht ganz konkret in Barmbek bei Ihnen? Ja, eigentlich ist das Thema nicht neu, das muss man fairerweise sagen. Die ersten Publikationen sind ja von 2000, 2005. Insofern ist das ein Kontinuum und es gibt nicht einen Generationenbruch, bis dahin keine KI und ab morgen KI, sondern die Technik entwickelt sich speziell in der Kardiologie sehr, 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 sehr rapide. Das heißt, wir haben Miniaturisierung, wir haben aber auch eine gewisse Fortschritte, zum Beispiel in der Sensorik, das heißt in der Wahrnehmung von Puls, Blutdruck, Herzfrequenz, Herzrhythmus und alles dies ist ja schon in vielen Geräten und in unserem täglichen Alltag irgendwo eingebaut. Also wir sind ja schon relativ selbstverständlich im Umgang mit Smartwatches. Ja, das stimmt, ja. Wearables heißt das, also tragbare Gesundheitsmonitore, die sagen mir, aber auch meinem Patienten und übrigens auch den Menschen und Freunden um mir herum, dein Puls ist aber komisch, der geht nie unter 80 oder deine Sauerstoffsättigung fällt nachts ab, da geben die so ein Schlafprofil und sagen, du hast einen ungesunden Schlaf. Die Schlafleistung, wie es so schön heißt, stimmt nicht. Genau, die Schlaf-Aura. Und das heißt, das spüren Sie auch, dass vermehrt natürlich Patienten kommen in den vergangenen Jahren, die sagen, meine Smartwatch sagt, da stimmt was nicht, gucken Sie mal, ob ich Vorhofflimmern habe. Genau, das ist zum Beispiel der erste und glaube ich auch wichtig, der Klinikaspekt, das Vorhofflimmern ist eine Rhythmusstörung, die seit meinem Studium vor 30 Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat, vor allem deswegen, weil man sich ja behandeln kann. Genau. Vor 30 Jahren, jetzt muss man mal Klammer auf, das Vorhofflimmern gibt es bei den Säugetieren seit drei Millionen Jahren. Also auch der Elefant oder das Karninchen hat Vorhofflimmern, die haben aber keinen Arzt. Und keine Smartwatch, vor allem. Da warten wir mal ab, was Hagenbeck noch so bringt. Das heißt aber genau, das ist im Grunde auch ein altes Krankheitsbild, aber man kann es jetzt schneller feststellen. Man hat doch tieferer Einsichten und detailliertere Einsichten und viele Gewissheiten aus den Lehrbüchern meines Studiums sind erschüttert, weil das Vorhofflimmern so häufig ist und weil man es da auch als Übergang zu einem einmaligen oder mehr oder weniger Zufallsereignis bis zum wirklichen Krankheitsbild heute sehr viel unter der Lupe betrachten kann. Und da hat die künstliche Intelligenz, wenn ich das jetzt so sagen darf, wie gesagt, das ist nicht schwarz-weiß, aber da hat uns die moderne Sensorik und die moderne Elektronik natürlich enorm weiter geholfen. Das heißt, die KI ganz konkret hilft bei der Diagnostik. Ist das der zentrale Aspekt im Moment? Ja, also die klassischen Verfahren sind ja immer darauf aus, dass ein Arzt zum Beispiel ein Langzeit-EKG untersucht. Und wenn sie 100.000 oder 120.000 Herzschläge, die der Mensch hat und die auf so einem Band, und früher auf so einem Kassettenrekorder aufgezeichnet wurden, dann waren die Maschinen relativ plump und haben ihnen das vorgespielt und sie sind mit dem Auge diese Zeilen lang und mussten dann nach einer Viertelstunde sich die Augen reiben, die Brille abnehmen und sagen so, aber ich habe Extrasystolen markiert und so weiter. Und dann kommt am Ende raus so und so viel Extrasystolen, vielleicht Verdacht auf Vorhofflimmern. Alles das nimmt einem die Automatik heute schon weitgehend ab, wobei man sagen muss, in Deutschland sind der Fortschritt eine Schnecke, das hat schon Günther Gras gesagt. Das ist aber tatsächlich in der Medizin durch starke Regulatorik, also wir sind ja mit Zulassungsverfahren belastet, kann man fast sagen, die solchen Innovationen oft im Wege stehen. Das heißt, in den USA ist man natürlich weiter, da werden Tools vielleicht schneller ausprobiert, wissen Sie das von Kollegen? Nein, aber die großen Player in der AI, also Google, Microsoft, die alle übrigens völlig unabhängig voneinander das Thema beackern und ja auch sehr stark in Konkurrenz stehen und nicht jede von diesen großen Firmen konzentriert sich auf die Medizin, das muss man auch sagen, aber auch in den USA gibt es die FDA-Zulassung. Und natürlich muss ein EKG-Gerät oder auch ein Röntgengerät oder ein Fotoanalysegerät, was in der Pathologie die kleinen Schnitte der Brustkrebspatienten untersucht, zugelassen sein, damit nicht zu viele Fehler entstehen, denn die KI ist ja irgendwo auch fehleranfällig. Genau, man muss es natürlich kontrollieren, das ist klar. Dann kommt der Mensch wieder ganz am Ende der Kette, muss man natürlich jetzt mal zurück, das EKG, wenn das da sehr schön vorausgewertet ist, dann geht man visuell nochmal jede Clustergruppe von Schlägen durch und natürlich wird das immer weniger und immer automatisierter, vor allem KI heißt ja das erste Mal, dass die Maschine von mir trainiert wird. Genau. Wenn Sie ein Sprechdiktiersystem haben, dann fangen Sie an und diktieren auch medizinische Texte und der schreibt ziemlich viel Kauderwelsch. Wenn Sie auf Ihre Sprache und auf Ihre Fachwörter trainieren, dann ist beim zweiten, dritten, vierten Mal dieser Fehler nicht mehr da. Und das ist das Tolle bei, in Anführungszeichen, dieser vierten industriellen Revolution. Die Maschinen lernen, aber sie müssen irgendwo vom Menschen immer wieder korrigiert sein. Ich habe mal den Spaß gehabt, auch wir hatten ein Symposium über KI, dann stand Google, nicht Google, sondern frag mal KI, was über dich selber bekannt ist. Und da kommen zum Teil ganz groteske Fehler raus. Ja, was war über Sie bekannt? Nein, was Sie noch nicht wussten. Ja, ich habe eine Namensvetterin, die ist im Tennis, nicht ganz unbekannt, jedenfalls aus der Vergangenheit, so richtig bis zum World Cup, hat sie es nicht gebracht. Aber da steht plötzlich, Gerian Grünefeld ist ein super Tennisspieler, ich habe noch einen Schläger in der Hand gehabt. Aha, ja, das heißt also, man muss das natürlich kontrollieren und darf sich nicht blind verlassen. Und wie lange dauert das, würden Sie sagen, bis der KI-Kollege dann ausreichend trainiert ist, um EKG auszuwerten? Böse gesagt, das wird nie zu Ende sein. Also man muss immer auf Gang, der lernt ja aus der Vergangenheit. Also Innovation oder lustige Ideen entstehen meistens grob fehlerhaft, gucken Sie sich ein KI-generiertes Foto an. Die machen ja romantische Fotos oder Flusslandschaft mit Huhn. Und plötzlich sieht man die Menschen dann fünf Finger, sechs Finger und sieben Zehen. Also da kommen ganz absonderliche Fehler raus, obwohl diese Systeme schon sehr trainiert sind. Und wir Menschen erkennen mit einem Blick, dass dieses Bild nicht ganz echt ist. Und jetzt muss man sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich ja diese Bildgeneration, das kann jeder kontrollieren, so viel verbessert, dass man nur noch ganz wenig korrigieren muss. Aber ich würde mich nie auf die KI, auf Algorithmen, das sind ja komplexere Algorithmen. KI ist mehr als ein Algorithmus, er ist ein selbstlernender Algorithmus, aber man darf sich nie darauf verlassen. Und was ist dann aber der entscheidende Vorteil, wenn man es ja doch noch selbst kontrollieren muss? Ist es dann die Zeitersparnis, dass man sagt, die KI kann diese Bildgebung schneller analysieren, als man selbst das könnte? Zweierlei. Also einmal ja, die Zeitersparnis ist enorm. Davon versprechen wir uns auch wirklich in der Medizin am meisten. Zum Zweiten ist die Qualität besser. Also die kleinen Fehler und Konzentrationsmängel, die der Mensch eben hat, wenn er am Tag 100 Röntgenbilder betrachtet im Dunkeln und schwarz-weiß, dann geht einem irgendwo nach drei Stunden die Konzentration mal für wenige Sekunden verloren und zwei Bilder sind nicht richtig befundet. Das passiert der AI, also diesen künstlichen Analysesystem nie. Die sind unermüdlich. Ja gut, das stimmt. Und genau, man muss also weiter drauf gucken. Und die Zeitersparnis, haben Sie gerade gesagt, ist ein Vorteil. Wie lange brauchen Sie zum Beispiel, um so eine Bildgebung zu analysieren, zu befunden und die KI im Vergleich, um mal jetzt diese Zeitersparnis zu konkretisieren? Also bei so Smartwatches ist es ja ganz einfach, weil die situationsbezogen überhaupt nur alarmieren oder aufzeichnen. Das heißt, da würde man ja normalerweise drei, vier Tage Langzeit-EKG haben, um überhaupt ein Ereignis mal erspähen zu können. Das geht natürlich schnell, wenn der Patient sein oder die entsprechenden tragbaren Monitore, die gibt es inzwischen auch für ambulante kardiologische Einsätze, die sind zugelassen und werden übrigens auch neuerdings in Einzelfällen von Krankkasten bezahlt. Ist ja der dritte Bereich, also erstmal technisch funktionieren, zweitens zugelassen, drittens finanzierbar. Aber da gibt es schon viel, was uns hilft, wo wir sagen, aus der Geschichte des Patienten können wir Rhythmusstörungen nicht genau zuordnen. Und da ist wirklich ein Blitzlicht, ein Schnappschuss, wo die Rhythmusstörung selber aus fünf Tagen oder zehn Tagen genau rauskommt. Und man kann das EKG angucken und dann ist die Diagnose relativ klar. Das ist ein Riesenzeitersparnis. Ich sage mal, in so Bildgebungen wie Herzkatheter, da haben die automatischen Algorithmen auch schon Eingang gefunden. Das sind ja auch komplexe Bilder. Da ist das aber noch nicht so, die Quantifizierung muss man immer noch mit der Hand korrigieren. Auch wenn Sie die Pumpfunktion im Ultraschall maschinell machen, dann ist da so viel Graubereich, dass es immer noch den Doktor braucht, der diese Linien mit Punkt zu Punkt ein bisschen korrigiert. Trotzdem sind die Werte, wenn sie vom gleichen Untersucher dann validiert, wie wir sagen, also überprüft werden, in sich sehr gut vergleichbar und natürlich ein bisschen quantifizierbarer, ein bisschen präziser als früher, wo man so gesagt hat, die Pumpfunktion ist nicht so dolle. Und heute sagt man 37 Prozent und ist damit relativ präzise. Ich habe Dr. Google auch mal gefragt nach KI in der Herzmedizin. Und da kam zum Beispiel ein Treffer, dass KI Herzprobleme bereits an der Stimme erkennen könne, an einer Veränderung der Stimme. Ist das so? Kann das sein in der Zukunft? Also in extremes ja. Also wir sagen, wenn zum Beispiel der linke Vorhof so stark vergrößert ist, der anatomisch sehr dicht am Nerv des Stimmbands liegt, dann gibt es in den alten Medizinbüchern von vor 100 Jahren diese Heiserkeit bei gewissen Klappenfehlern. Ah ja, tatsächlich ja. So, das sind aber jetzt ganz grobe Sachen. Und natürlich ist jemand, der Herzschwäche hat und Wasser in der Lunge und dem entsprechend häufiger Luft holen muss, dann hört man in der Stimme, dass der Patient nicht so richtig atmen kann. Und diese kleinen einzelnen Details, die kann natürlich ein Algorithmus sehr viel diffiziler auswerten. Ich glaube also, da ist sicherlich auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Der ist aber auch hoch fehleranfällig, weil das so unspezifisch ist. Es gibt auch die Idee aus einem einzigen Röntgenbild des Brustkorbs mit sozusagen Hals bis Zwerchfell, so ganz grob die Lebenserwartung eines Patienten abzuschätzen, weil da in diesem einen Bild so viel drinsteckt, Größe der Lunge, Osteoporose, Wirbelsäulenveränderungen, Haltung. Was wir, wenn wir jetzt als Radiologe sagen, ist da Wasser in der Lunge? Ja, nein. Da gucken wir auf diese Details nicht so sehr. Aber ich glaube, da steckt jetzt noch viel mehr Versprechen und Fantasie und auch Werbung dahinter. Ja. Denn die KI kämpft ja sehr stark um Akzeptanz, weil unsere Meinung fast so polarisiert ist wie die heute anstehende Wahl in Österreich. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ich habe auch gelesen, dass die KI stärker berücksichtigen würde, dass Frauen Herzen anders schlagen. Das ist ja bekannt. Dazu hatten wir auch schon mal einen Podcast. Stimmt das? Gut, die KI sagt natürlich dann, was habe ich für eine Person da vor mir? Mann oder Frau? Ich glaube, das ist zum Beispiel richtig. Die Symptome bei Frauen sind nicht ganz so klassisch, wie sie in den Lehrbüchern für Männer geschrieben sind. Das hat auch historische Gründe. Aber die Frauen haben leider genauso häufig Herzkrankheiten wie die Männer. Und bestimmte Formen, insbesondere die Herzschwäche, ist im Alter bei Frauen sogar viel häufiger als bei Männern. Ich kann sagen, weil die Männer nicht so alt werden. Aber jedenfalls kann die KI sicherlich an den Stellen Vorurteilen einfach vorbeugen, weil die ist völlig unvoreingenommen. Ja, ja, genau. Jeder Mensch ist irgendwo geprägt durch sein Umfeld und durch seine Erziehung. Und wir sind nun mal alle über die noch sehr, sehr männerlastigen Medizinstudien gelaufen. Das ist heute mit Offenheit für Gendervielfalt natürlich auch im Studium und in der Ausbildung und in der Datenpräsentation von Gesundheit in der Bevölkerung sehr viel offener als das zum Beispiel in diesen Studien war. Damals hat in den USA in den 50ern ein kleines Dorf in Massachusetts Geschichte geschrieben. Das ist Framingham. Das ist eine Stadt oder ein Dörfchen, die herausgesucht wurden, weil sie sehr repräsentativ waren in Alter, Geschlechtsverteilung, Einkommensverteilung für Amerika als Ganzes. Und dann hat man wirklich systematisch Gesundheitsdaten erhoben. Und diese Framingham-Studien sind, weil es damals noch eben keine künstliche Intelligenz gab, eigentlich die erste systematische Datensammlung gewesen, die also die Medizingeschichte in der letzten 30 Jahre ganz viel geprägt hat. Okay, weil man diese Vielfalt abgebildet hat. Man sieht die Vielfalt und man konnte einfach sagen, das waren zum Beispiel junge Krankenschwestern und die kriegten Blut abgenommen, Blutdruck gemessen, Cholesterin, Blutdruck, bestimmte Eigenschaften, die man damals als krankheitsrelevant betrachtet hat und hat dann abgewartet und 40 Jahre später festgestellt, bestimmte von diesen damals gesunden jungen Mädchen haben dann einen Brustkrebs oder haben einen Herzinfarkt oder haben einen Hirntumor gekriegt. Und dann ist man zurückgegangen und hat gesagt, was zeichnet die Gruppe denn aus, die später diese oder jene Krankheit gekriegt hat und diese Daten waren, wenn man so will, der Anfang einer KI-ähnlichen Datensammlung und natürlich hat das die Wissenschaft unendlich geprägt und jetzt auf einmal haben wir die Chance, dass nicht auf Framingham oder auf Bottrop oder von Eickel, Hamburg Health Study, das ist ein tolles Projekt von Herrn Blankenberg am UKE, aber eigentlich, jetzt möge er mir das verzeihen, wenn ich das hier so sage, aber eigentlich wird das ja überholt, denn das, was er sammelt an Kategorien und Sammlungen, das ist wahrscheinlich in fünf Jahren durch die Wearables und durch die ständige Sensorik, man kann ja dann Blutzucker, Schweißanalysen, man kann sehr viel untersuchen, es gibt in Japan oder in China schon viel mehr Eingriffe in das Privatleben, aber die wissen auch sehr viel mehr und die wissen natürlich, wenn bestimmte Auffälligkeiten sind, dann droht ein früheres Eintreten einer Krankheit oder zum Beispiel Vorliegen von Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch, das geht ja hier bei uns unter. Ja, Sie haben eben schon das Thema Ausbildung kurz angesprochen. Spielt KI da eine größere Rolle bei den Medizinstudierenden aktuell? Ja, leider, denn wenn Sie eine schriftliche Prüfung schreiben, dann können Sie davon ausgehen, dass drei Viertel der Arbeiten mithilfe von Chat, GPT, das ist ja nun das bekannteste, geschrieben sind und auf der anderen Seite werden viele Doktorarbeiten oder viele akademische Arbeiten heute mithilfe von solchen Tools auf Copy und Paste, auf illegale Raubkopien getestet, sehr zuverlässig getestet. Insofern hat das schon Eingang gefunden in den Wettkampf zwischen Prüfer und Prüfling. Darum lege ich und wir legen bei dem ACH beim Asklepios Campus Hamburg großen Wert auf die direkte menschliche Prüfung. Wir haben also rigorosa. Ah ja, tatsächlich. Prüfung ist so ein lateinisches Wort für strenge Prüfung, die ist aber direkt Mensch gegenüber Mensch in ganz kleinen Gruppen und auch die Kolloquien, das ist ein lateinisches Wort für zusammenreden, sind auch alle mündlich. Wir sehen den Prüfling, wir sitzen ihm gegenüber, er muss dann seine Techniken vorführen. Das heißt, das hat sich verstärkt oder das haben Sie verändert und haben mehr auf diese mündliche Prüfung jetzt gesetzt? Nein, das war lustigerweise in diesem ungarischen Curricula, den wir da folgen, sehr, sehr stärker noch. Ich meine, die Medizin hat durch diese Massenanfälle an Studenten natürlich sehr stark auf Multiple-Choice-Prüfungen gesetzt. Und das ist KI-technisch, glaube ich, eine Sackgasse. Also wenn Sie Multiple-Choice machen, die KI wird Ihnen sofort sagen, welche Prüfungsfragen am häufigsten auftauchen, welche am häufigsten falsch beantwortet werden. Und dann trainiert man genau wie ein Extremsportler, genau auf die Schwächen auszubügeln. Also da wird dann das Prüfungsergebnis verfälscht, denn das, was die dann am Ende reproduzieren, ist ja nicht das klinische Wissen, sondern ist ja abgelesenes, die fünf häufigsten Symptome irgendwelcher Kolibri-Erkrankungen. Aber sind Sie am Campus mit dem Thema KI in Berührung gekommen zum ersten Mal? Oder dass Sie gesagt haben, ich beschäftige mich selbst damit jetzt auch so stark? Ja, das verdanke ich ehrlicherweise einer ganz tollen Initiative von Dr. Thiel, der hier in Hamburg dieses Asklepios Medical School Team leitet und der ein sehr spannendes Symposium letztes Jahr veranstaltet hat mit hochrangigen Referenten. Das waren Podiumsdiskussionen aus ganz Deutschland, kamen Experten zum Thema Bildung, KI. Ja. Weil das Thema so heterogen ist, man hat ja da eine Begriffsverwirrung. Also jeder denkt, KI ist, wenn das Auto automatisch in den dritten Gang schaltet oder sowas. Autonomes Fahren ist aber mehr. Und wir müssen, glaube ich, die Studenten sehr früh darauf vorbereiten, dass spätestens in deren Zeit, wo die dann Ärzte werden, in zwei, drei, vier, fünf Jahren, dass dann KI in einer Häufigkeit auch von der Industrie auf die jungen Ärzte zugetragen wird, dass man sehr genau unterscheiden muss, was darf ich denn sinnvoll verwenden? Zum Beispiel, ja, Bildtechniken für Röntgen nach bisherigem Ermessen, auch Laboranalysen werden differenzierter. Wenn Sie heute über so ein Feld gucken, dann ist da rot markiert, was aus dem Rahmen fällt. Da kann man erst mal sein Fachwissen testen, was bedeutet es denn, wenn MCV größer 100 ist. Die KI nimmt einem das ab und sagt, hier ist eine Auffälligkeit im Blutbild, die spricht für einen Eisenmangel oder eine chronische Blutung. Das sind also Riesenvorteile und denen kann man, glaube ich, auch vertrauen. Aber wenn jemand sagt, KI hat Anamnese erhoben, hat mit dem Patienten ein Pseudogespräch geführt. Ich sage bewusst Pseudogespräch, der Patient denkt ja, er wird abgeholt. Wenn die KI sagt, ja, wie geht es uns heute? Ja, ja, ja. Und am Ende kommt dann die KI mit irgendeiner Diagnose, die mag stimmen, aber ich würde jetzt mal sagen, selbst in raffinierten Algorithmen zu 95 Prozent. Und diese 5 Prozent können aber entscheidend sein. Weil da muss man ja plötzlich sagen, wenn die KI behauptet, ich hätte Brustkrebs oder Stimmbandkrebs, dann muss man mal vorsichtig sein, denn schon so ein kleines Wort wie Krebs kann im Gespräch unheimlich erschreckend sein. Und wir lernen ja tatsächlich Gesprächsführung nur aus der Praxis. Das heißt, da ist der KI-Kollege keine Konkurrenz oder man muss keine Angst haben? Nee, da ist er keine Konkurrenz, sondern da ist er eigentlich ein schwacher Sparing-Partner, eine traurige Figur und gehört ja eigentlich aus dem Ring verwiesen, weil da wird er uns, glaube ich, auch nicht richtig ersetzen können. Ich sage das mit Vorbehalt, weil die großen Propaganda, die auch Wortführer der KI sind, die sagen, es wird immer mehr sich die Intelligenz, ich meine Intelligenz auch bei Menschen ist vielschichtig, aber immer mehr die künstliche Intelligenz annähern. Und wo ich das gerade so sage, denken Sie mal, die natürliche Intelligenz ist ja auch nicht einschichtig. Wir haben praktische Intelligenz. Ja, richtig. Ich war neulich im Urlaub einen halben Tag bei einem Orgelbauer und habe geguckt, wie der so Pfeifen aus Holz macht. Wahnsinn, das war kein Akademiker, das war auch kein Mensch, der wahrscheinlich ein Einser-Abi hatte. Und dann gibt es mathematische Nerds, die gelten als intelligent. Inselbegabungen heißt das doch so schön. Inselbegabungen, wenn man eine Sache besonders, besonders gut kann. Ich gucke gerade auf die Insel, die hat auch eine Inselbegabung. Ja, sozusagen, genau. Und wo Sie da gerade sagen, die KI kann im Grunde das Gespräch ja nicht ersetzen mit einem Arzt des Vertrauens. Das wäre ja auch was, wo ich denke, dass Patienten vielleicht auch gar nicht mit einer KI sprechen wollen, weil ja jetzt schon immer in der Kritik steht, dass die sprechende Medizin, wie es so schön heißt, zu kurz kommt. Dass die Ärzte zu viel Verwaltungsarbeit machen müssen, gar nicht mehr so viel Zeit sich nehmen können für den einzelnen Patienten. Ja, also mit Sicherheit, wenn Sie ein KI gegenüber haben, also eine synthetische Stimme, die Ihre Antworten aus dem unendlichen Blödsinn des vergangenen Internets schöpft, dann werden Sie an irgendeiner Stelle hellhörig. So wie man auch bei manchen Gesprächspartnern, die eine Macke haben, das sage ich jetzt mal so, Menschen haben ja auch manchmal Kanten und Macken. Ja. Das merkt man ja auch. Richtig, ja. Und da ist der aber komisch, da ist der eitel, verletzt. Gibt es ja auch bei Ärzten, dass man, wie hast du gesagt, der Klassiker, man geht zum Arzt und sagt, ich hätte, ich schätze Ihre Meinung, aber ich möchte mir gerne noch eine zweite Meinung bei einem anderen Arzt durchsetzen. Richtig, ja. Dann würde die KI wahrscheinlich monoton ergänzen, das ist ihr gutes Recht. Im Dialog mit seinem individuellen Arzt merkt man viel feiner, wie der oder die, also Ärztin, ich jetzt als Arzt, aber wie auch Ärztin, durch solche Fragen vielleicht beeinflussbar sind. Ja. Also ich denke schon, der Mensch sucht immer den Menschen als Gesprächspartner. Das ist auch gut so. Was würden Sie sagen, in welchem Bereich der Medizin ist die KI schon am stärksten vertreten? Mit Sicherheit in der Radiologie. Ja. Das ist ein sehr gut bezahltes Feld. Die Untersuchungen werden weltweit gut vergütet. Dementsprechend gibt es einen sehr schnellen Zyklus an Innovationen. Wir haben in den Röntchengeräten, ja, können Sie selber hier in Hamburg in jeder Röntchenpraxis sehen, nahezu alle paar Monate komplett neue Geräte. Achte Generation, neunte, zehnte. Das ist mit Sicherheit der Bereich, wo man auch den Ärzten am meisten Unterstützung durch die KI jetzt erstmal an die Hand geben kann, wo aber auch, befürchte ich, am ehesten Einspareffekte auch im Bereich der Ärzteschaft zu erwarten ist. Ja, natürlich ist ja auch immer die Frage, nimmt die KI mir den Job weg? Nicht nur in der Medizin, aber in anderen Bereichen ist das ja auch eine Frage, ne? Und bei so Bildbetrachtungssoftware könnte ich mir vorstellen, dass das die ersten Bereiche sind, wo man sagt, das kann die KI und das können dann Ärzte validieren, aber in größerem Umfang, als sie bisher Röntchenbilder betrachtet haben. Und da ist vielleicht eine Personaleinsparung schon sehr nah am Horizont. Also ich würde sagen, bei anderen Fächern kommt es vielleicht auch zu Einsparung. Ja. Unsere Medizin ist unendlich teuer und wir dürfen nie denken, dass die KI nur in eine Richtung wirkt, die macht alles besser und schöner, sondern natürlich ist der wirtschaftliche Druck auch ein Schuss nach hinten und in der Hinsicht muss man natürlich auch immer wieder die ärztliche Ethik reinbringen. Genau, die Frage der Ethik und die Frage der Grenzen da, ne? Und der Grenzen, man kann es nur nicht vorherbestimmen. Also wenn jemand zu Beginn des Fließbandzeitalters, das war die zweite industrielle Revolution, gesagt hätte, was bringt uns das? Dann hätte man am Anfang nur gesagt, das ist fantastisch, weil anstatt zehn Autos laufen da hundert vom Band und die Monotonie und die Verödung, die die Menschen dann im späteren Folge dann erlebt haben, die war natürlich dramatisch. Klar, und die hat man da natürlich nicht abgesehen, weil man erst mal... Und am Anfang wollte man das ausblenden. Natürlich, weil man den Fortschritt nur sehen wollte und die Produktivität natürlich, ne? Was kommt denn in der Herzmedizin als nächstes in Sachen KI? Was würden Sie sagen? Da glaube ich, sind die... Also Herzmedizin ist sehr komplex, wenn wir einzelne Patienten auf ihr Risiko für bestimmte Krankheiten in zehn Jahren beurteilen müssen. Also Check-up. Ja. Sie kommen als gesunder Mensch, 40 Jahre, und sagen, ja gut, ich habe die vier rund. Jetzt macht man sich langsam Gedanken, wie geht das weiter? Und dann ist man bis jetzt noch auf sehr plumpe Methoden angewiesen. Man macht einen Ultraschall- und Belastungs-EKG. Und wichtig, ein sehr gründliches Gespräch über die Erbrisiken, ob die leiblichen Eltern, wenn man sie kennt, Herzkrankheiten haben, wie der Lebensstil ist, ob man raucht oder nicht. Ich glaube, die Modelle sind sehr, sehr komplex. Die gibt es gar nicht so in 1 plus 1. Man sagt ja dann immer, ein Risikoscore, das heißt 5% oder 30% Wahrscheinlichkeit an Herzkrankheiten zu versterben. Das kann die KI mit Sicherheit in wenigen Jahren relativ gut. Also stärker eine Prognose geben darüber, wie lange ich gesund lebe. Da glaube ich, Longevity, wie es jetzt so schön immer, das lange Leben, lange gesund leben. Und da wird die KI vielleicht dem einen oder anderen auch ganz schlechte Nachrichten bringen und sagen, nach dem, was ich von dir weiß, aus den Schweißanalysen, aus der Vergangenheit, aus den Kenntnissen der Erkrankungen in der Familie, nachdem du hast ein deutlich erhöhtes Risiko an Brustkrebs zu erkranken oder an Magenkrebs oder einen Herzinfarkt zu kriegen oder einen Schlaganfall zu kriegen, vielleicht, so ist ja der Arzt immer gepolt, denn wir können ja die Natur auch nicht rückgängig machen, vielleicht hilft die KI auch zu sagen, den größten Vorteil hättest du, wenn du aufhörst zu rauchen. Genau, also das ist eine Art Prophylaxe sein kann. Prophylaxe im richtigen präventiven Maße individualisiert, ich glaube, das ist auch in der Herzmedizin meine persönlich größte Hoffnung, alles andere sind kleine Schritte, wenn es jetzt heißt, da gibt es ein neues KI-Bildgebung für Herzkranzgefäße, wird es sicherlich bald geben, ist bei uns noch nicht so, das beschränkt sich jetzt eher auf die Elektrophysiologie, also auf Rhythmusstörungen, wo man die Herzbinnenräume besser darstellen kann, mit weniger Kathedern, aber das wird alles graduell besser, da ist die achte, die neunte und die zehnte Generation, das wird auch sehr stark von der Industrie getrieben, weil die ihre neuen Anlagen ja verkaufen müssen und die sind dann immer doppelt so teuer wie die alten, obwohl technisch das keinen einzigen Cent mehr kostet, die Software kostet. und bei diesen präventiven Maßnahmen, da glaube ich, ist nochmal ein richtiger Quantensprung zu erwarten. Das heißt, vielleicht abschließend nochmal, was ist der zentrale Vorteil für Ärzte und für Patienten von KI? Das wäre zum einen, wenn ich jetzt aus dem Gespräch gelernt habe, Zeitersparnis, wenn wir zum Beispiel die Bildgebung anschauen und die Analyse, die Befundung und eben auch der Vorteil der vielleicht treffsicheren Prognose, zu sagen, das kann dir passieren, du kannst gegensteuern jetzt. Ja, das sind die beiden Vorteile, die Präzision der Diagnostik, aber auch daraus abgeleitet der Vorhersage und die Vereinfachung im ärztlichen Alltag, wo wir uns noch sehr mühsam durch die EKGs quälen, auch muss man ja sagen, das ist wirklich noch sehr träge von dem Erkennen, man muss es ja zu Papier bringen und wir sind als Ärzte wirklich noch Schreibkräfte. Also in vieler Hinsicht, heute war eine Umfrage, wie viele Tage in der Woche die Menschen an unnützen Tätigkeiten verplempern. Das ist subjektiv, Sie können ja sagen, das ist unnütz, wenn ich meinen Schreibtisch wischen muss oder sauber machen muss oder den Mülleimer leeren muss, aber bei Ärzten, glaube ich, ist die Schreib- und Dokumentationstätigkeit wirklich überdurchschnittlich und wir sind alle Akademiker, wir sind nicht darauf trainiert, zu tippseln, aber wir müssen zum großen Teil noch unsere Briefe selber korrigieren, formatieren, die Arztanschriften ändern. Das frisst Zeit. Wünschen sich aber alle, dass das mal schnell zu Ende ist. Ja, das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend, was die KI uns bringt und vielleicht sprechen wir in ein, zwei Jahren nochmal und es hat sich schon ganz, ganz viel getan, auch in Barmbeck. Vielleicht zum Schluss nochmal zu Ihnen, man spürt das ja, dass die Herzmedizin für Sie auch eine Herzensangelegenheit ist. Warum ist das für Sie das spannendste Fach? Ich bin tatsächlich in der Herzmedizin nach Wunsch gelandet. Also ich habe meine Doktorarbeit schon in der Herzmedizin geschrieben. Das war damals das innovativste Fach mit der schnellsten technischen Entwicklung und das hat mich immer fasziniert, weil ich auch ein bisschen Physiker bin und in der Ausbildung ein bisschen technisch und das macht natürlich unheimlich Spaß und auf der anderen Seite können Sie eben in der Herzmedizin auch unheimlich viel persönlich bewirken, weil die Leute Herz mit Gefühl, Emotionen und Ängsten verbinden und ich glaube, es gehört einfach zum Arztsein dazu, dass man diese Aspekte mit berücksichtigt. Also das lässt mein Herz immer noch höher schlagen. Ich gehe auch jeden Tag fröhlich zur Arbeit. Das ist doch schön, wenn man das sagen kann von sich, hat man doch alles richtig gemacht. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Obwohl Sie da ja so gerne sind und das Herz da so hoch schlägt. Genau. Also bei mir ist es wahrscheinlich die Work-Mountain-Bilance. Ich würde gerne jetzt schon Skifahren, das geht noch nicht. Gut, da sind Sie aber in Hamburg ja nicht ganz richtig geografisch. Das sagen Sie jetzt. Da erzähle ich Ihnen zum Abschluss noch, dass ich viel besser aufgehoben bin. Aus Frankfurt, wo ich 14 Jahre gearbeitet habe, musste ich mit dem Auto dann sechs Stunden an den Arlberg fahren und heute kann ich im Winter, das ist zwar jetzt nicht gerade ökologisch korrekt, aber im Flughafen nach Innsbruck fliegen oder nach Zürich und bin in zwei Stunden auf der Piste. Das ist wesentlich schneller und ich freue mich jetzt wirklich auf den Schnee. Ich hoffe, dass er kommt und wir sehen natürlich auch, dass das immer weniger wird. Im Sommer gehe ich tauchen, im Winter gehe ich Skifahren. Mensch, dann freuen wir uns auf eine Skisaison für Sie und auf viel Schnee und vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns ein bisschen durchgeführt haben durch die Entwicklung bei der KI in der Herzmedizin. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.